Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kermorheim. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa sieben Tagesmärsche von Kermorheim entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen. Unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Und dies? Meine Armbrust? Im Karten-Spiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Vorsicht! Trotzflug! Der ist schnell! Lass ihn nicht entwischen! Der ist schnell! Der ist schnell! Der ist schnell! Der ist schnell! Das war's für heute. Was ist das? Nicht schlecht. Nicht schlecht.